Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe Arbeit aus und ich schaue jetzt nochmal bei uns ins Einkaufscenter, weil ich neue Schuhe brauche. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe jetzt verschiedene Paar Schuhe an. Ich habe mich für ein Paar entschieden, was relativ ähnlich ist wie das Paar Schuhe, was ich eh schon habe. Aber das gefällt mir halt auch so gut. Ich zeige es euch daheim nochmal genauer und im Detail. Jetzt geht es heim. Dann dürfen, glaube ich, die Babys nochmal kurz hüpfen. Und dann schiebe ich mir zum Abendessen eine Pizza in den Ofen. Was die anderen immer alles andrehen wollen. Hier noch einen Schaum. Es gibt nur der Schaum, wie das andere Spray macht. Flecken. Dann eine Sohle. Dann sofort polieren, imprägnieren. Keine Ahnung was. Nö, ich wollte nichts. Ich wollte nur ein Paar Schuhe. Und das habe ich jetzt. Die Babys dürfen jetzt am Abend nochmal hüpfen. Und futtern schon mal. So, und dann zeige ich euch mal meine neuen Schuhe. Und ich zeige euch erstmal die alten. Und zwar sind es die hier. Ich finde die ja so schön. Also ich finde die echt so schön. Ich habe die, glaube ich, schon dreimal nachbestellt, weil ich die so schön finde. Und es ging immer der Reißverschluss kaputt. Und dieses Mal ist vorne die Sohle hat sich abgelöst. Die waren von, ich glaube, Varese oder Pesaro. Ne, Pesaro. Also diese blaue Schachtel. Genau, ja. Die finde ich total schön. Und jetzt habe ich mir ähnliche gekauft. Gehen wir mal in den Schlafzimmer. Ich glaube, da ist das Licht besser. Also die sind ähnlich. Die sind aber jetzt von Deichmann, von Graceland. Und zwar sehen die so aus. Mir gefällt einfach diese Schnalle so gut. Also das hat es mir voll angetan. Also es sieht echt ähnlich aus. Ist aber vom Material anders, weil die hier sind glänzend. Und die anderen, die ich hatte, die waren mehr so samtig. Also auch ein komplett anderes Leder oder eine andere Lederart. Aber ich finde die schön. Doch, die gefallen mir gut. Haben wir hier nochmal Schnürbänder und einen Reißverschluss. Und eben dann diese Schnallen. Doch, finde ich schon ganz schön. Doch, die sind schick. Die gefallen mir. Morgen ist ja mein großer Tag, worauf ich jetzt schon die ganzen letzten Tage hinbefiebert habe. Und jetzt überlege ich, was ich morgen anziehen soll. Und bin am Schauen. Morgen wird es wieder wärmer. Morgen sollen es, glaube ich, 24 Grad werden. Und dementsprechend... Hm, ja. Was ziehe ich an? Ist aber nicht so einfach. Oh, ich bin so aufgeregt. Ihr glaubt es nicht. Ihr müsst immer noch Daumen drücken. So, die Babys haben sich nach unten verkrochen. Gehen wir wieder rein. Gibt es Abendessen, okay? Ich bin so aufgeregt. Tja, hier bin ich schon. Ich bin schon. Ja, das war so. Ich bin so aufgeregt. Wolltetosh? Das ist doch so typisch Lotte, während des Reingehens muss sie eine kleine Pause einlegen. Die haben keinen Bock rein zu gehen. So, ach Gott, der Brunnen ist, ach Gott, jetzt hat er sich erstocken, warum habe ich die Tür aufgemacht? Lottchen ist schon drin, also heute haben die ja Tempo, jede Schnecke ist schneller. Wo haben wir den? Ach hier. Draußen war es so schön oder ist es so schön, sie wollen nicht rein. Die genießen auch voll, dass es abgekühlt ist und dass wieder angenehme Temperaturen sind. Aber es ist Zeit fürs Abendessen und ich habe ja auch großen Hunger, jetzt kann ich mir auch endlich was machen. Zum Abendessen gibt es heute eine Pizza Hawaii und dann habe ich noch Eier im Ofen, äh nicht im Ofen, also ich habe mir Eier noch gekocht, die sind noch auf dem Ofen. Was bei mir nicht fehlen darf, ist Butter. Eigentlich für den Rand, aber ich habe mir das jetzt auch auf das Stück mitgemacht und dieses Mal habe ich Joghurt Butter. Die habe ich früher total gern gegessen und dann lange Zeit nicht mehr und jetzt habe ich mal wieder eine mitgenommen. Lotte ganz cool, das ist einfach immer zu köstlich, diese Bilder, ne, wenn man irgendwie am Schreibtisch sitzt oder so und dann dreht man sich um und dann hat man hier so eine Hasenformation liegen. Bruno mit seinem Karottenrammel in der Mitte und rechts und links eingerahmt von seinen zwei Frauen. Lotte ganz cool, ihren Fuß ausgestreckt und Holly hat ihre Füßchen quasi fast übereinander gefaltet, einfach nur zu süß und unsere Emmel, die ist im Schlafzimmer unterm Bett. Na, Emmi, sagst du einmal Hallo, Emmi hat euch Hallo gesagt. Schlafzimmer! Was ist denn, bitte los? Lotte ganz cool! Dkasal! Schreibt mir gerne die Lieblingsstelle vom Video unten in einen Kommentar und auch gerne, was ihr heute gegessen habt. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Macht es gut und bleibt gesund. Bis morgen. Tschüss.